Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr angeschaltet habt. Wir haben was bestellt vor ein paar Tagen und es ist jetzt gerade gekommen, verpasst. Hier ist es. Und das machen wir jetzt mal auf. Hier ist eine Lasche zum Aufziehen. Wir machen das jetzt mal auf. Das haben wir bei Ebay bestellt. Das geht gerade so schlecht auf. Wir haben aber ein Messer da. Jetzt zeigen wir das euch mal. Ich tue mal die Kamera hin. Hier ist das Paket von der Rückseite. Das muss ich hier abschneiden. Das muss ich mir auf der Seite aufschneiden. Genau. Das kann man jetzt gerade nicht so genau sehen. Hier kann man ein bisschen stellen. Wir haben es gleich offen. So 10 Wurzeln Gutschein. Ich zeige euch mal eben die Rechnung. So 80% Rabatt. So was? Keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist das 24 hier. 18,90 Euro gekostet. Und hier ist der Artikel. Hier haben wir noch einen Gutschein. Hier ist es. Das nennt sich Bundeskinderzimmer. So sieht es von der Rückseite aus. Und so. Und wir machen morgen ein Video, wie wir es auspacken. Ja. Wir haben es heute jetzt ausgepackt aus diesem Karton da. Und das wird schon auseinander. Können wir wegwerfen. Das machen wir aber am Ende. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und verpasst ihr kein Video. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.